Wenn du am Samstag Abend und du die Regeln nicht mehr weisst, kein Problem, da gibt's eine App. Oder wenn du in einen Fettnapf stehst wie der grösste Depp und eine gute Ausrede brauchst, kein Problem, da gibt's eine App. Wenn du täglich gehst, gehst du golfen für ein besseres Handygepp und du trotzdem nie ein Loch triffst, kein Problem, da gibt's eine App. Oder willst du eine Party schmeissen eine mit so richtig Bepp und du hast keine coole Freunde, kein Problem, da gibt's eine App. Machst du im Büro ab und zu noch gerne ein Powernap und willst, dass der Abend trotzdem gemacht ist, kein Problem, da gibt's eine App. Wenn du Teigerei kochen willst und du hast kein feines Rezept und der Besuch steht vor der Tür, kein Problem, dann gibt's halt eine App. Wenn ich mit meiner Freundin nicht mehr auf Wolken sie beschwebe und nicht weiss, wie macht man Schluss, kein Problem, da gibt's eine App. Oder wenn ich mal keinen Grund mehr sehe für wer und was ich leb und keinen Sinn im Leben finden, kein Problem, da gibt's eine App. Ja, es gibt eine App für jeden und für dies und das und selbst und ich muss zugehe, dass sogar das Lied hier ohne App nicht gäbe. Weil all die Reime auf App sind vor der App mit Rhymes zu Rap und auch der Sound ist von einer App, die die Worte vertont hat Step by Step. Ganz egal, was willst du kreieren? Kein Problem, da gibt's eine App. Willst du zweite Stimme einstudieren? Kein Problem, da gibt's eine App. Willst du die Schulen selber studieren? Kein Problem, da gibt's eine App. Und wenn der Christian würdest du verführen? Ey, für das brauchst du doch keine App. Findest du Internet und Smartphones ist doch nur eine fucking Crap und du würdest damit nichts tun haben? Kein Problem, da gibt's eine App. Kein Problem, da gibt's eine App.